Wolfgang Amadeus Mozart Brief an seinen Vater Wien, den 9. Mai 1781 Ich bin noch ganz voll der Galle und Sie als mein bester, liebster Vater sind es gewiss mit mir. Man hat so lange meine Geduld geprüft, endlich hat sie aber doch gescheitert. Ich bin nicht mehr so unglücklich, in salzburgerischen Diensten zu sein. Heute war der glückliche Tag für mich. Hören Sie! Schon zweimal hat mir der, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, die größten Sortisen und Impertinenzen ins Gesicht gesagt, die ich Ihnen, um sie zu schonen, nicht habe schreiben wollen und nur, weil ich sie immer, mein bester Vater, vor Augen gehabt habe, nicht gleich auf der Stelle gerecht habe. Er nannte mich einen Buben, einen liederlichen Kerl, sagte mir, ich sollte weitergehen und ich, litt alles, empfand, dass nicht allein meine Ehre, sondern auch die ihrige dadurch angegriffen wurde, allein sie wollten es so haben, ich schwieg. Nun hören Sie! Vor acht Tagen kam unverhofft der Laufer herauf und sagte mir, ich müsste den Augenblick ausziehen. Den anderen allen bestimmte man den Tag, nur mir nicht. Ich machte also alles geschwind in den Koffer zusammen und die alte Madame Weber war so gütig, mir ihr Haus zu offerieren. Da habe ich mein hübsches Zimmer, bin bei dienstfertigen Leuten, die mir in allem, was man oft geschwind braucht und, wenn man allein ist, nicht haben kann, an die Hand gehen. Auf Mittwoch setzte ich meine Reise, als heute den neunten, mit der Ordinär fest. Ich konnte aber meine Gelder, die ich noch zu bekommen habe, in der Zeit nicht zusammenbringen, mithin schob ich meine Reise bis Samstag auf. Als ich mich heute dort sehen ließ, sagten mir die Kammerdiener, dass der Erzbischof mir ein Paket mitgeben will. Ich fragte, ob es präsiert. So sagten sie, ja, es wäre von großer Wichtigkeit. So ist es mir leid, dass ich nicht die Gnade haben kann, seiner hochfürstlichen Gnaden zu bedienen, denn ich kann aus oben gedachter Ursache vor Samstag nicht abreisen. Ich bin aus dem Hause, muss auf meine eigenen Kosten leben, da ist es nun ganz natürlich, dass ich nicht eher abreisen kann, bis ich nicht imstande dazu bin, denn kein Mensch wird meinen Schaden verlangen. Kleinmayr, Moll, Bönicke und die zwei Leibkammerdiener gaben mir ganz recht. Als ich zu ihm hineinkam, notabene muss ich Ihnen vorher sagen, dass mir der Schlaucher geraten, ich möchte die Exküse nehmen, dass die Ordinari schon besetzt sei, das sei bei ihm ein stärkerer Grund, und als ich also zu ihm hineinkam, so war das Erste, nun, wann geht er denn, Bursch? Ich. Ich habe wollen heute Nacht gehen, allein der Platz war schon verstellt. Dann ging's in einem Oden fort. Ich sei der liederlichste Bursch, den er kenne, kein Mensch bediene ihn so schlecht wie ich, er rate mir, heute noch wegzugehen, sonst schreibt er nach Haus, dass die Besoldung eingezogen wird. Man konnte nicht zur Rede kommen, das ging fort wie ein Feuer. Ich hörte alles gelassen an, er lügte mir ins Gesicht. Ich hätte 500 Gulden Besoldung, hieß mich einen Lumpen, Lausbub, einen Fechsen, oh, ich möchte Ihnen nicht alles schreiben. Endlich, da war mein Geblüt zu stark in Wallung gebracht wurde, so sagte ich, sind also euer hoffürstliche Gnaden nicht zufrieden mit mir? Was, er will mir drohen? Oh, er fechs, dort ist die Tür, schau er, ich will mit einem solchen elenden Buben nichts mehr zu tun haben. Endlich, sagte ich, und ich mit ihnen auch nichts mehr. Also geh er, und ich im Weggehen, es soll auch dabei bleiben, morgen werden sie es schriftlich bekommen. Sagen Sie mir also, bester Vater, ob ich das nicht eher zu spät als zu früh gesagt habe. Nun hören Sie, meine Ehre ist mir über alles und ich weiß, dass es Ihnen auch so ist. Sorgen Sie sich gar nicht um mich, ich bin meiner Sachen hier so gewiss, dass ich ohne Mindesterursache quittiert hätte. Da ich nun Ursache dazu gehabt habe und das dreimal, so habe ich gar keinen Verdienst mehr dabei. Au contraire, ich war zweimal hundsfutt, das dritte Mal konnte ich es halt doch nicht mehr sein. Solange der Erzbischof noch hier sein wird, werde ich keine Akademie geben. Dass Sie glauben, dass ich mich bei der Noblesse und dem Kaiser selbst in üblem Kredit setzen werde, ist grundfalsch. Der Erzbischof ist hier gehasst und vom Kaiser am meisten. Das ist eben sein Zorn, dass ihn der Kaiser nicht nach Lachsenburg eingeladen hat. Ich werde Ihnen mit künftigem Postwagen etwas weniges von Geld überschicken, um Sie zu überweisen, dass ich hier nicht darbe. Übrigens bitte ich Sie munter zu sein, denn jetzt fängt mein Glück an und ich hoffe, dass mein Glück auch das Ehrege sein wird. Schreiben Sie mir heimlich, dass Sie vergnügt darüber sind und das können Sie in der Tat sein und öffentlich aber zanken Sie mich recht darüber, damit man Ihnen keine Schuld geben kann. Sollte Ihnen aber der Erzbischof ungeacht dessen die Mindeste im Pertinenz tun, so kommen Sie also gleich mit meiner Schwester zu mir nach Wien. Wir können alle drei leben, das versichere ich Sie auf meine Ehre. Doch ist es mir lieber, wenn Sie ein Jahr noch aushalten können. Schreiben Sie mir keinen Brief mehr ins Deutsche Haus und mit dem Paket. Ich will nichts mehr von Salzburg wissen, ich hasse den Erzbischof bis zur Raserei. Geben Sie mir Ihr Vergnügen, bald zu erkennen, denn nur dieses fehlt mir noch zu meinem jetzigen Glück. Applaus 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 Applaus